Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin keineswegs auf dem aktuellsten Stand, was politische Korrektheit betrifft, aber als Philosoph lasse ich es mir nicht nehmen, zu beschreiben, was ich hierzulande und vielleicht auch im größeren, übergeordneten Maßstab sozusagen in Europa wahrnehmen kann. Und wie es sich für eine philosophische Betrachtung gehört, fange ich ganz von vorne an. Wenn ein Kind bei der Geburt den Mutterschoß verlässt, dann ist das vergleichbar mit einem Baum, der mitsamt seinen Wurzeln aus der Erde herausgerissen wird. Und fortan drängt das ganze menschliche Wesen danach, sich wieder mit der Natur, mit der Erde, mit Mutternatur zu verbinden, weil ihm diese Verbindung Leben, Kraft und Nahrung bedeutet. Um nun die Abgetrenntheit von der Natur zu überwinden, sucht der Mensch die Gemeinschaft mit der Gruppe, weil er sich ja auch nur in der Beziehung zu anderen Menschen selbst wahrnehmen kann. Jedenfalls sucht er eine Vereinigung eben mit der Gruppe, die das Individuum so vor der angsterregenden Erfahrung des Alleinseins sozusagen rettet. Dabei lebten Menschen zunächst als Horde im Familienverband, bevor sie dann in der Anonymität der Massen zur Herde und schließlich zu einer gleichartigen Nation wurden. In diesem Kontext ist Instabilität zwar so alt wie die Welt, aber dennoch gab es immer wieder lange Phasen und gerade an gesellschaftlicher Stabilität. Um es einmal ganz einfach zu sagen, das, was in der Tierwelt beispielsweise Wolfsrudel und Affenhorden sind, das umfasst bei Menschen Familie, Stamm, Stadt und Nation. Nicht mehr und nicht weniger ist menschliche Natur. Ja, Punkt. Mit diesen einführenden Gedanken komme ich nun zur heutzutage vielbeschworenen Völkerverständigung, die im demagogischen Kontext zunehmend außer Acht lässt, ja, so nehme ich das zumindest wahr, dass sie, die Völkerverständigung, per Definition eben die Verständigung zwischen den Völkern respektive zwischen einzelnen Kulturen ist. Stattdessen ist es so, dass augenscheinlich Multikulturalismus verfolgt wird, der eine kulturelle Identität unterbindet oder zumindest stark schwächt. Und es stellt sich die berechtigte Frage, warum? Ja, warum? Das ist Philosophie. So wie ich das sehe, beflügelt Einwanderung das wirtschaftliche Wachstum und entspricht somit den Wünschen der Kapitalisten nach unerschöpflichen wie auch kostengünstigen Arbeitskräften, um nicht zu sagen Menschenmaterial. Und ja, man kann es nicht anders sagen. Und das im Übrigen in einer Welt, in der die Menschen längst nicht mehr von den Zinsen der Natur leben, sondern von ihrem Kapital, das eines Tages aufgebraucht sein wird. Aber das ist ein anderes Thema. Das, was mich beschäftigt, ist die Tatsache, dass sich Gesellschaftsformen wie auch Staatsformen nicht ohne weiteres mit anderen Formen des Lebens und Denkens vermischen. Und so komme ich nicht umhin festzustellen, dass die zunehmende Anglisierung wie auch Islamisierung Deutschlands nicht nur Zeugnis für seinen kulturellen Verfall ist, sondern dass die eigene Identität, die deutsche Identität sogar aufgegeben werden will. Dabei ist Massenmigration aber nur die eine Seite der Medaille, weil nämlich schon seit etwa einem halben Jahrhundert die Netto-Reproduktionsrate in Deutschland auf einem Niveau unter 1 liegt. Das bedeutet, dass das deutsche Volk immer mehr schrumpft, weil die nachfolgende Generation durch zu geringen Nachwuchs stets kleiner als die vorhergehende ist. Doch dann stellt sich auch die Frage, ja der Philosoph denkt weiter, warum ein Volk denn überhaupt immer weiter wachsen muss, womit wir wieder beim Kapitalismus sind. Mit seinem Wachstumszwang und infolgedessen mit der Zunahme einer Überflussgesellschaft. Wieder natürlich. Die zunehmenden Zahlen an Depressionsdiagnosen resultieren vor allem aus dem inneren Widerstand der Menschen gegen die äußeren Lebensumstände. Oder anders gesagt, ist Depression ein Symptom für das relative Versagen der Herdenkonformität, weil in einer kapitalistischen Gesellschaft Gleichheit kein konstruktives Einssein mehr bedeutet, sondern ein destruktives Dasselbe-Sein. Doch es ist eben gerade das Gefühl des Einsseins, was der Mensch braucht von seiner Natur her und das bedeutet eine kulturelle Identität, die in Deutschland, ja nun einmal politisch medial zunehmend zerstört wird. Und vielleicht ist auch genau das die Ursache für die zu geringe Netto-Reproduktionsrate. Kein geringerer als Nietzsche forderte seinerzeit die Vernichtung der modernen Gebildetheit zugunsten einer wahren Bildung. Und das umfasst nach meinem Verständnis kombiniertes historisches, politisches, philosophisches und vielleicht auch noch religiöses Faktenwissen sowie eine Schulung im logischen und kritischen Denken. Es ist offenkundig, dass die Menschen respektive die Schüler und vielleicht auch noch Studenten, ja insofern sie nicht gerade Studenten der Philosophie sind. Jedenfalls, dass diese Menschen hierzulande nicht dazu befähigt werden, ihre Überzeugungen zu reflektieren, einzuordnen und kritisch zu hinterfragen. Vielmehr ist es so, dass Meinungen einfach so übernommen werden und es ist allerhöchste Zeit, wirklich allerhöchste Zeit aufzuwachen und den inneren Kompass, den sinnlichen Wirklichkeitsbezug zu fördern, um nicht zu sagen, wiederherzustellen. Und insofern das nicht gelingt, wird der sozusagen Stammdeutsche schon bald verschwinden, so wie der Wikinger aus der Zeit Rollos. So viel oder so wenig für das heutige Video. Noch mehr politische Unkorrektheiten, die gibt es in meinem Buch Jahrhundertchance Silber. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und hilft mir enorm weiter weiterzumachen, noch viel mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieses Video hier und heute gefallen hat, dann gebt diesem Video genau jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, auf bald! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!